Servus und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. In der letzten Folge haben wir hier so ein wenig unseren Bambus geerntet und nochmal, ja, unser in Anführungsstrichen Feld nochmal extrem vergrößert. Ich denke, ja, so in den nächsten 30, 20, 30 Folgen sollten wir hier, wenn wir das regelmäßig abernten, auf jeden Fall mehr als genug Bambus für unseren Enchantment-Keller haben, dann, dass wir da definitiv, ja, mehr oder weniger unendlich Bücherregale draus zaubern können und wir brauchen ja definitiv noch sehr, sehr viel davon. Oh, was ist das denn? Das sieht ja interessant aus. So, ich wollte hier so ein bisschen nochmal die Erde abtragen, dass wir hier ein bisschen Platz haben zum Bambus. So, alles klar, nehmen wir das mal weg, dass das hier quasi nicht direkt hier am Hügel dran geklatscht ist. So, das könnten wir wegnehmen, das können wir wegnehmen. Ja, heute werden wir uns ein wenig um die Tierchen kümmern, dass die so ein bisschen, ähm, ja, einen schöneren Platz bekommen. Jetzt muss ich mal gucken, das sieht ein bisschen schäbig aus, oder? Hm, sieht jetzt nicht so bombig aus, aber gut, da können wir uns später drum kümmern, dass das hier ein bisschen natürlicher ausschaut. So, das sollte erstmal passen, da wächst es auch schon fleißig, wunderbar. Und wenn das hier wirklich mal alles ausgewachsen ist, dann wird das hier so extrem viel Bambus geben, das ist der Wahnsinn. So, Schafi, wie bekommen wir dich? Wir haben kein bisschen Weizen. Beziehungsweise weiß ich nicht mal mehr, ob man Schafe mit Weizen anlocken kann. Da vorne haben wir auch noch ein Schaf, wunderbar. Hm, ich hoffe, dass wir die Tiere mit Weizen anlocken können, ansonsten haben wir ein Problem. Wir könnten eigentlich hier mal so ein bisschen Erde anbringen, das fällt mir nämlich schon seit Ewigkeiten auf und es sieht einfach schäbig aus. So, das Gravel ist verdeckt, sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir das mal so, das Schweinchen kann ja mal so ein bisschen hier so vor sich hin laufen. Dass wir hier schon mal das Schweinegatter kaputt machen und schon mal irgendwo anders anbringen. Alter, ist das Viech laut. Das schon mal ein bisschen weiter, äh, ja, im Westen anbringen und dann schon mal die Tiere dort hinter tragen. Wobei, die können eigentlich alle hier so ein bisschen frei rumlaufen, das ist ja kein Problem. So, alles klar. Hauptsache, wir erwischen Schweinchen nicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen gefährlich. So, das müsste passen, alles klar. Soll Schweinchen ein bisschen rumlaufen, hoffentlich geht's nicht in die, äh, in die Höhle runter. Die Kuh macht auch lustige Geräusche. Kommen wir nicht in den Weg, mein Lieber. So, nehmen wir das mal weg. Dass wir hinten schon mal ein großes Gatter bauen mit, ähm, ja, mit viel Platz für die Tiere. Und genau das, was das Schwein nicht machen sollte, hat's getan. Ach, Freunde, das ist doch wieder typisch, ganz ehrlich. Müssen wir mal gucken, dass wir das Schweinchen da wieder rausholen. So, alles klar. Dann schauen wir mal, dann schauen wir mal. Ähm, wo könnten wir die Tierchen hinpacken? Hier geht's auch nochmal tief runter, oder? Nee, tut's nicht. Dann können wir hier eigentlich mit Erde auffüllen. Tatsächlich, dann können wir hier wirklich mit Erde auffüllen. Wir haben ja, äh, neben der Burg in den Thronen noch extrem viel Erde. Dann können wir hier voll machen. Und dann können wir die Tiere vielleicht, äh, hier so hinbringen. Jetzt haben wir da, doch, da haben wir Erde. 64, sehr gut. Ja, hinten. Na, du weg, du da, 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 und da. Wunderbar. Machen wir hier mal so ein bisschen das Zeug weg. Wie gesagt, ich werde mir noch einen, äh, guten Platz für die Tierchen überlegen. Aber ich, äh, würde die jetzt am liebsten erstmal gerne einfach dort weg haben. So, dicht weg, dicht weg, dicht weg. Dass wir hier so ein bisschen, ähm, ja, nicht allzu kleines, aber auch nicht ein extrem großes Gatter hinbauen. Wo dann die Tiere so ein bisschen weiden können. Weidenfäller. Fußball ist ja aktuell, äh, ja, groß, großes Thema eigentlich überall. Allein schon, weil der FC Bayern ja unglaublich, das hat, denke ich, schon jeder mitbekommen, Pep Guardiola verpflichtet hat für die nächste Saison. So, den ehemaligen Trainer vom FC Barcelona. Wahnsinn, Freunde, Wahnsinn. Ich freue mich ja persönlich als Bayern-Fan schon extrem drauf. Bin mal gespannt, was das wird. Bin auf jeden Fall extrem zuversichtlich, dass die Jungs da sehr motiviert rangehen. Mit so einem Bomben-Trainer. Müssen wir mal gucken, ob die ihre Chance nutzen. So, da, la. Diese Saison schaut ja auch sehr gut aus mit dem FC Bayern, auf jeden Fall. Da werden einige sicher jetzt rumheulen. FC Bayern, Erfolgsfans und keine Ahnung was. Da gibt es ja einige Unbelehrbare, die da quasi immer denselben Scheiß labern. Aber, ja, kann man nichts machen. So, jetzt habe ich aber nicht mehr genug Zäune. Das ist blöd. Gut, dann würde ich sagen, wo sind unsere Hühnchen? Die sind schon wieder weg. Das ist ja der Wahnsinn. So, wie machen wir das? Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach hier so ein bisschen was von den Zäunen weg. Sehr viel brauchen wir davon ja eh nicht. So, nehmen wir das mal weg. Das sollte eigentlich genügen. Und jetzt wird es schon wieder dunkel. Wahnsinn. So, das sollte erstmal genügen, denke ich. Brauchen wir vielleicht noch ein Zauntor. Vielleicht auch zwei. Aber eigentlich habe ich doch da Zauntore. Ah, ja, vier Stück haben wir. Okay. Habe ich mal wieder zuvor schnell gelabert, ohne zu gucken. So, euch beiden machen wir mal auf. Dann brauchen wir jetzt ein bisschen Weizen. Und dann werden wir mal unsere Tierchen versuchen rüber zu tragen. Mal gucken, ob wir noch Weizen in der Natur haben. Ansonsten holen wir uns einfach eins vom Fels. Das ist ja kein Problem. So, und das Bambus wächst da draußen schon. Wunderbar. So, Weizen haben wir hier. Und wir haben tatsächlich noch ein Weizen. Ideal, um unsere Tierchen ein bisschen rumzuschleppen. Aber jetzt wird es gerade dunkel. Dann können wir ja mal ganz kurz in den Enchantment-Keller gucken. Da hatten wir, glaube ich, bisher nur einen. Ach ja, das hier wollte ich durch Kakteen ersetzen, gell? Könnte ich eigentlich ganz fix machen, bevor es dunkel wird. Wobei wir natürlich auch im Dunkeln arbeiten können, weil die Monster sind ja ausgeschaltet. Aber, ja, soll uns jetzt gerade erstmal nicht interessieren. Bambus muss man auf Salz, äh, auf Salz, sage ich schon, auf Sand setzen, gell? Muss ich mal gucken. Zwei, äh, Bambus, sage ich schon, zwei Kakteen. Nee, man kann gar keine zwei Kakteen nebeneinander setzen. Das ist blöd. Äh, wie machen wir das denn? Na gut, da überlege ich mir später noch was. Wir gehen jetzt erstmal pennen. So wichtig ist das jetzt auch nicht. Das Haus wird schon nicht abfackeln. Das wäre bis jetzt schon abgefackelt, wenn es abfackeln würde. Gute Nacht! Und einen wunderschönen guten Morgen! So, la, la! Nehmen wir mal das Weizen in die Hand und dann geht es ja ab mit unseren Tierchen. Hallo, Kuh! Ja, die Kuh reagiert da noch drauf, sehr schön. Schweinchen sollte eventuell auch drauf reagieren, das wäre sehr, sehr cool. Vielleicht können wir das rote Schaf da hinten und die Kuh da hinten und das weiße Schaf da hinten auch mitschleppen. Das wäre natürlich extrem geil. Jetzt müssen wir mal gucken. So, und das Hühnchen vielleicht auch. Hey ihr beiden! Hallo! Okay, Hühnchen wollen auf jeden Fall gar nicht mehr auf, äh, Getreide reagieren, oder? Auf Weizen. Die Kühe machen so komische Geräusche. Ne, mag gar nicht. Schafi, wie schaut's bei dir aus? Hallo! Ja, Schaf mag auch Getreide, also passt sich das schon mal. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch das rote Schaf zu unserer rechten. Das Nazi-Schaf quasi. Das Nazi-Schaf, was sich rechts von uns befindet. So, das ist da vorne. Schweinchen reagiert auch nicht auf Weizen. Oh, das ist ja blöd. So, schau mal her, mein Lieber. Kommst du mal mit? Also, was mit den Schweinchen ist blöd. Da braucht man, glaube ich, wirklich Karotten. Ach, Kuh! Ihr seid doch doof. So, Schaf, jetzt kannst du langsam mal wieder deinen Fokus hierher bringen. Dankeschön. So, die Kuh kommt auch. Alles klar. Müssen wir mal gucken, dass wir der hier so einen Aufstieg basteln. Ah, ne, die kommt schon von alleine hoch. Sehr gut. So, dann schauen wir mal. Äh, da lang müssen wir. Können wir eigentlich die Schafe direkt mal mitnehmen? So, ihr könnt immer mitkommen, meine Lieben. Ja, da hinten ist schon wieder eins ein wenig blöd, aber das kennen wir ja von unseren lieben Tierchen. Stellen wir uns mal ganz kurz hier so hin. Bis der seinen Fokus wieder bekommt und die hoffentlich nicht verlieren. So, Schafi, was machst du? Komm her. Guck mal, guck mal. Hey. Ja, brav. Braves Schaf. Braves Schaf. Ich hoffe, ich falle jetzt schon wieder in... Äh, ich hoffe, sage ich schon. Ich glaube, ich falle jetzt schon wieder in so ein Loch. Oh, und das Schaf auf unserem Balkon. Da haben wir auch noch eine Kuh. Mh, bringen wir erstmal die Tierchen hinter und dann holen wir uns die Kuh da hinten. Das Blöde ist halt wirklich, wenn ich, äh, die Map auf den Server lade, da werden die Tiere irgendwie gelöscht und resettet. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache in Zukunft. Eventuell lasse ich die Map nur noch auf dem Server, weil wenn dann wirklich irgendwie together sein sollte oder so, dass das, äh... Ja, keine Probleme mehr gibt's mit hier... Tiere werden gelöscht oder sonst was, weil unsere Tiere sind ja hier schon verschwunden aus dem Gatter. Jetzt komm doch her, du doofen Nuss, du dämliche... Wahnsinn. So, und jetzt bleibst du da mal drin, bitte. Ach, du bist doch ein dummes Tier, das gibt's doch nicht. Ah, Freunde, Freunde, Freunde. Jetzt komm her, du blödes Viech. Also, ich will ja nichts sagen, aber die Tierchen, die, äh, sind ein wenig dumm, dumm geboren. So, alles klar. Dann holen wir uns noch die Kuh da hinten. Vielleicht das Schaf vom Balkon? Ich bin mir da nicht so sicher. Komm mal mit. Und Kühe kann man noch mit Weizen paaren, oder? Weil dann würde ich sogar sagen, dass wir uns eine Babykuh züchten. So, alles klar. Nein! Oh Mann, ey! Ihr seid doch echt doof, ihr blöden, blöden Schafe. Steht da im Weg. Unglaublich. Ja, dann holen wir uns jetzt ein bisschen, ein bisschen Getreide von da vorne und dann schauen wir mal, dass wir die so ein bisschen paaren. Und dann sollten die schon ein bisschen Spaß haben und dann sollten da auch hoffentlich kleine Babys rauskommen. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier von der Seite. Nehmen wir mal das weg und das weg. Na, jetzt habe ich da eins zu viel abgemacht. Das weg. Das weg, das weg, das weg. Das weg, 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 das weg. Und ich hoffe jetzt mal, dass wir... Oh, 42. Haben wir jetzt die 42 Samen komplett hier rausbekommen, oder war das zum Teil auch aus dem Gras, was wir vorhin abgebaut haben? Schon, oder? Da, wo wir das Platz für das Gatter geschafft haben. So, ja, dann könnten wir eigentlich noch ein bisschen was abernten. Nehmen wir mal dich mit. Nehmen wir mal euch beiden mit. Nehmen wir mal dich mit. Und es kam auch eine Bitte rein, beziehungsweise die Idee, dass man ja mal ein bisschen mehr mit Redstone arbeiten könnte. Das wird natürlich auch alles kommen. Muss ich mich noch ein bisschen mit auseinandersetzen. Mit logischen Schaltungen habe ich ja an sich keine Probleme durch mein Studium, aber ja, das Ganze in Minecraft umzusetzen ist halt dann nochmal eine Ecke schwieriger, weil man ja eben über mehrere Ebenen teilweise arbeiten muss. So, komme ich da rein, bitte. Geh mal zur Seite. Du, 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 Ding, du. So, komme rein hier. Einmal hier so. Sehr schön. Und für das Schweinchen müssen wir uns tatsächlich was überlegen. Eventuell würde ich sagen, dass wir uns mal so in Richtung Süden begeben. Das ist der Teil der Karte, in dem wir nicht waren. Wir waren schon im Osten. Das war das mit dem Sumpf und dem Dschungel allen voran. Das heißt, dort waren wir. Im Norden waren wir auch. Da ist diese riesige Wüste und auch das eine Dorf, was wir gefunden haben. Im Westen waren wir auch. Da ist dieser riesige Sumpf und diese Extreme Hills. Das heißt, im Süden der Karte waren wir noch nicht. Da könnten wir eigentlich mal hingehen. Vielleicht finden wir da auch ein Dorf mit Karotten und sowas. Das wäre natürlich richtig geil, weil wir brauchen langsam Karotten. So, ich würde sagen, das Teil hier reißen wir auch noch fix ab. Und dann soll es erstmal für diese Folge gewesen sein. Da kann ich mich gleich wieder dem Lernen widmen. Dann habe ich jetzt nämlich Folgen für Freitag und für Sonntag. Und dann kann es schon mal ordentlich hier losgehen. Das ist ja schön. Das ist ja schön. So, dich weg, dich weg. Dann nehmen wir die Tür noch weg. So. Und wie gesagt, ich werde hier noch einiges an Erde abtragen. Da werde ich mir dann entsprechende Themen für aussuchen, dass uns da nicht langweilig wird, während wir die Erde abbauen. Und dass wir da so ein bisschen was zum Quatschen haben. Also, keine Sorge. Das wird hoffentlich nicht sehr monoton werden. Muss ich jetzt halt mal gucken. Ich mag ja jetzt eigentlich nicht über Politik und sowas reden. Wobei es da ja in letzter Zeit wieder einiges gab, worüber man reden könnte. Aber das möchte ich eigentlich aus dem Let's Play raushalten. Einfach, weil Politik und Religion was Persönliches sind. Und man da nicht unbedingt, sage ich mal, in Let's Plays öffentlich schon natürlich. Aber nicht in Let's Plays. Weil hier soll es ja um Spaß gehen und nicht um so extrem ernste Themen. Deswegen würde ich hier halt gerne ungern über Politik und sowas reden. Religion ist auch so eine Sache, das ist jedem selbst überlassen. Da braucht man niemandem irgendwie irgendwas vorschreiben oder Leute versuchen zu manipulieren. Das ist, wie gesagt, das ist was Persönliches. Das hat niemanden außer euch zu interessieren. An was ihr glaubt. Ob ihr an was glaubt, wie das Ganze aussieht, das muss nicht sein. Und dementsprechend möchte ich im Let's Play eigentlich auch nicht über Religion reden. Das Blöde ist, extrem viele andere Themen bleiben da nicht übrig. Wir könnten natürlich über so Themen wie die Gamescom reden oder über RTL oder überhaupt über irgendwelche Szenen. Aber ich meine, ob wir jetzt irgendwie über Emus reden oder so, das ist auch im Prinzip die Sache von den Leuten. Wenn sie sich als Emo, gut, ich wollte jetzt schon fast sagen, verkleiden wollen. So ist das natürlich nicht gemeint. Wer Emo sein möchte, soll Emo sein. Und wer Gangster sein möchte, soll Gangster sein. Solange man damit niemand anderem schadet, ist das eigentlich die Sache von den Leuten. Und da hat man sich eigentlich nicht einzumischen. Und ja, wie gesagt, über sowas möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt reden. Das sind halt wirklich so Themen, die interessieren einen persönlich nicht. Weil das einfach Dinge sind, die jeder für sich selbst irgendwie... Ja, wie soll man sagen, es ist auf jeden Fall etwas, was sonst niemanden außer einen selbst zu interessieren hat. Einfach weil das was sehr Persönliches ist und jeder seine Gründe für irgendwas hat. Und da braucht man eigentlich nicht, ja, sich als Außenstehender nicht einmischen. Ich würde sagen, das Teil machen wir kaputt. Dafür packen wir die Tür da rein. Und wir haben extrem viel Baumstämme sammeln können. Das ist schon mal sehr schön. Würde ich sagen, machen wir in der Folge noch fix die Taschen leer. Und dann können wir mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Ein wenig Weed haben wir. Brot haben wir genug. Brauchen wir jetzt erstmal nichts basteln. So, das können wir da hinpacken. Beziehungsweise da hin. Eine Kartoffel haben wir. Sehr schön. Sollten wir eventuell auch mal wieder einpflanzen. Ich weiß gar nicht, wie es mit den anderen Kartoffeln ausschaut. Können wir eigentlich auch mal ganz fix rausschauen. Wir hatten ja schon mal ein kleines Mini-Kartoffelfeld. Wenn da jetzt nochmal was gewachsen ist, dann wäre das schon ziemlich cool. Tatsächlich drei Stück. Hoffentlich kommen da auch drei Stück raus. Also mehr als drei, dass wir da natürlich mehr anpflanzen können. So. Ja, zwei Kartoffeln, drei Kartoffeln. Oh, das ist ja schön. Acht Kartoffeln. Dann dich und dich und dich. Wunderbar. Dann können wir eventuell sogar, habe ich eine Howe dabei. Nee, aber gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Das werde ich, denke ich, nicht vergessen. Wir haben Kartoffeln, Freunde. Wir können uns bald Pommes machen. Nein, Pommes gibt es, glaube ich, noch nicht. Aber Bratkartoffeln und sowas gibt es, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht. Wir können ja mal probeweise so eine Kartoffel in den Ofen rein tun. Ob da was Leckeres rauskommt. Machen wir das mal so. Oh, eine Kartoffel und da rein. Ja, tatsächlich, da scheint was rauszukommen. Mal gucken, was da rauskommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen... Oh. Das ist ja lecker. Oh, da ist sogar Creme Fraiche und sowas drin, gell? Ja, wunderbar. Wie gesagt, danke fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch. Und würde sagen, wir sehen uns, jetzt haben wir Sonntag, ähm, morgen, morgen um 14 Uhr wieder. Bis dahin, Kartoffel einmal da rein, Bratkartoffel einmal da rein. Tschüssi.